Hallo, Freunde. Wollt ihr mit mir einen Ausflug machen? Los geht's! Tschuck, 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 tschuck. Du, du, du. Wir laufen im Bahnhof ein. Ich halte an. Oh, schau mal, wie viele Eichhörnchen da sind. In welchen Waggon passen die wohl? Ah, vielleicht sollten wir sie zählen. Eins, zwei, eins, zwei. Halt, so geht das nicht. Liebe Eichhörnchen, bitte steht still. Ich versuche euch zu zählen. Ah, das ist besser. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Eichhörnchen. In welchen Waggon passen alle fünf? Hm, eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Plätze für fünf Eichhörnchen. Tut, tut. Alle Eichhörnchen bitte in den roten Waggon einsteigen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Seht ihr? Passt perfekt. Tut, tut. Los geht's. Fertig? Tief einatmen. 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 Ohh. Oh, der Waggon ist zu klein. Wir brauchen einen größeren Waggon. Mal schauen, ob noch ein größerer da ist. Hey, Nilpferd. Warte kurz. Hier, der lilafarbene Waggon ist größer. Oh, der lilafarbene Waggon ist genau richtig. Eins, zwei, drei. Tut, tut, tut. Festhalten. Das ist unsere Endstation. Bitte alle Vorsicht beim Aussteigen. Wiedersehen. Wiedersehen. So, meine Freunde sind ausgestiegen. Jetzt kann's weitergehen. Los geht's. Hä? Frau Gans, was ist los? Oh, sie haben ihren Hut liegen gelassen. Keine Sorge, Frau Gans, wir schauen mal im gelben Waggon nach. Hier ist der Hut, den Sie vergessen haben. Oder doch nicht? Dieser Hut ist zu groß. Ist das der Hut, den Sie vergessen haben? Er steht Ihnen sehr gut. Aber dieser Hut ist zu klein. Da geht's gut. Hier ist noch einer. Das ist Ihr Hut, Frau Gans. Wunderbar. Der Hut passt perfekt. Wiedersehen, Frau Gans. Wiedersehen, Freunde. Wir sehen uns morgen. Untertitelung des ZDF, 2020